So, erzählst du jetzt endlich die Geschichte davon, wie Gott den Abraham sein Kind geschenkt hat? Ja, aber noch nicht heute. Wie noch nicht heute? Erst müssen wir eine andere wichtige Geschichte erzählen. Wie, da gibt es noch was anderes Wichtiges? Ja, da ist noch was anderes Wichtiges passiert. Und zwar wusste ja Sarah, die Frau von Abraham, dass beide alt sind. Ja, wie alt waren die denn dann gerade? Die waren gerade, also Abraham war 86 Jahre alt und seine Frau war 10 Jahre jünger. Das heißt, sie war 76 Jahre alt. So wie alte Omis und Opis. So wie alte Omis und Opis. Und da hat Gott ihnen gesagt, die sollen ein Kind bekommen. Gott hat gesagt, die werden ein Kind bekommen. Das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Das ging früher nicht. Das geht heute auch nicht. Aber Gott hat ja ein Wunder gemacht. Okay. Und davon erzählst du jetzt? Davon noch nicht. Erstmal eine andere Geschichte. Was findet ihr andere? Naja, die Frau von Sarah, die Frau von Abraham, die Sarah, die hatte gesagt, Sarah Abraham, wir beide sind alt. Und ich bin auch alt. Ich bin sehr alt. Ich hatte noch nie eine Frau sagen hören, dass sie alt sind. Aber hier hat es Sarah zugegeben. Und dann hat sie gesagt, weißt du, so alt wie ich bin, ich kann keine Kinder mehr bekommen. Nimm doch meine Dienerin. Die ist jünger und mit der machst du ein Kind. Und das Kind soll dann mir gehören. Und dann haben wir diesen Erben, den Gott uns versprochen hat. Was? So hat das Gott doch gar nicht gesagt. So hat das Gott nicht gesagt. Er sagte, Abraham und Sarah sollen ein Kind bekommen. Und das ist dann passiert. Naja, Abraham hat leider auf seine Frau gehört. Das sollten sie eigentlich nicht machen, was sie vorgeschlagen hatte. Oder das hat Gott sich nicht gedacht. Und dann wurde die Dienerin tatsächlich schwanger. Oh, eigentlich ist das ja was Tolles, dass sie schwanger war. Eigentlich war das was Tolles. Aber nicht für die Sarah. Wieso denn nicht das? Naja, als die Dienerin merkte, dass sie schwanger ist, hat sie gesagt, guck mal, ich bin schwanger. Und meine Herrin, die ist nicht schwanger. Das heißt, ich bin besser als meine Herrin. Oh, das ist ja gar nicht so toll. Ne, das hat die Sarah ja auch gar nicht so toll gefunden. Und dann wollte sie mit der Hagar reden. Wie, Hagar? Wer ist das denn? Ach, das ist die Dienerin. Ihr Name war Hagar. Und sie wollte also mit der Hagar reden. Und wollte ihr sagen, du, so geht das nicht. Du musst hier auf mich hören. Du bist ja meine Dienerin. Richtig so. Wenn sie eine Dienerin ist, dann muss sie ja auch auf ihre Chefin hören. So ist das eigentlich. Wenn ich irgendwo arbeite, muss ich ja auch auf den hören, bei dem ich arbeite. Und wenn du in der Schule bist, was dann? Äh, dann muss ich auch die Lehrer hören. Hm, dann musst du darauf hören, was die Lehrer sagen. Und die Hagar hat das nicht gemacht. Ne. Und dann wollte die Sarah also mit ihr reden. Und die Hagar sagte sich, nein, ne, das will ich nicht. Und dann ist sie weggelaufen. Wie weggelaufen? Ja, weg. Aus dem Zelt raus. Aus dem Lager weg. Und ganz weit weg. Oh nein. Naja. Dann ist sie weggelaufen und saß an der Wasserquelle. Und dann kam aber Gott zu ihr. Wie Gott? Naja, nicht Gott persönlich, aber der Engel Gottes. Der Engel des Herrn steht in der Bibel. Der kam zu ihr und fand sie da und fragte sie, Sarai, was machst du? Äh, Hagar, nicht Sarai. Hagar, was machst du da? Ja, ja, hätte ich auch gefragt, wenn ich da jemanden sitzen sehe, ne, was machst du da? Hm, ich glaube, hätten wir alle gesagt, ne, hallo, was machen sie hier? Ja. Und dann? Naja, dann hat sie Sarah gesagt, ja, ich war bei meiner Herrin und die wollte mich demütigen, die wollte mir eine Standpauke halten. Äh, ja. Ich bin weggelaufen. Hm, weggelaufen ist nicht so toll. Hm, nee, ist nicht so toll. Äh, ja. Bist du schon mal weggelaufen? Nee, noch nicht. Hm, ich bin schon mal weggelaufen. Wie, du hast weggelaufen? Hm, ich bin schon mal von zu Hause weggelaufen. Die, ganz weg? Naja, raus, mit dem Fahrrad weg und wollte einfach nur weg. Ich hatte Streit mit meiner Mama gehabt. Das war nicht so schön. Nee. Naja, so ging es ihr und die Sarah hat zugegeben, ja, ich bin weggelaufen von meiner Herrin. Oh, und was hat der Engel gesagt? Der Engel hat gesagt, Hagar, weißt du, der Herr, der Gott Abrahams, der hat, äh, dein Elend gehört und gesehen. Was? Hm, mhm. Der Engel des Herrn kam zu ihr und sagte ihr, weißt du, Gott hat gesehen, was dir passiert ist. Gott weiß, was passiert ist. Aber Gott möchte, dass du zurückgehst. Geh also wieder zurück. Oh nein, das heißt, sie würde jetzt Ärger bekommen. Naja, Gott hat gesagt. Der Engel sagte, geh zurück und demütige dich unter die Hand deiner Herrin. Oh, was heißt denn das? Das heißt, geh zurück und tu das, was deine Chefin dir sagt. Ja, und das ist nicht immer toll, wenn man sich gerade gestritten hat, ne? Wenn man zugeben muss, ich lag falsch und jetzt muss ich das tun, was du sagst. Oh nee, das ist gar nicht toll. Wenn ich auch das halte noch in der Schule und der Lehrer sagt noch das und das und das und entschuldige dich. Das ist kein schönes Gefühl. Nee, ist es nicht. Was hat sie gemacht? Ja, die hat das tatsächlich gemacht. Aber bevor sie gegangen ist, hat sie gesagt, dieser Herr, der mich gesehen hat, ich will ihm meinen neuen Namen geben. Also für mich soll er ab jetzt heißen, der Gott, der mich sieht. Was? Der Gott, der mich sieht? Ja. Sie hat gesagt, dass dieser Gott von Abraham und der Gott von Sarah, der hat sogar mich gesehen, mich Fremde, mich, die ich nicht an diesen Gott geglaubt habe oder nicht mit ihm geredet habe. Wow. Ja, wenn du das so sagst, das klingt ja total toll. Gott sieht die Fremden. Und weißt du, was witzig ist? Nee, was denn? Der Name Hagar, der bedeutet die Fremde. Das heißt, Gott hat die Fremde gesehen, die Hagar, die sogar die Fremde heißt. Gott hat die Fremde gesehen. Gott sieht die fremden Leute, selbst die Leute, die fremd heißen. Ja, total lustig. Seltsam. Komische Namen. Aber das war so früher mit den Namen. Die Namen waren früher wichtiger als heute. Wie wichtiger? Naja, jeder Name hat eine Bedeutung. Der Name von Hagar bedeutet ja die Fremde. Und diese Bedeutung hat, dieser Name sagte was auch über die Person. Man konnte am Namen schon feststellen, so und so ist die Person. Ah, das heißt, die war schon immer irgendwie komisch. Stimmt. Vielleicht. Naja, Gott hat ihr aber auch noch eine andere Sache gesagt. Und zwar sagte er ihr, du, Hagar, du sollst dein Kind Ismail nennen. Wie, wieso denn das? Naja, der Name Ismail, der bedeutet, Gott hat mein Elend gehört. Ah, das heißt, Gott sieht, hat die Hagar gesehen und hat auch ihre Probleme gesehen und auch sie gehört. Gott hat Hagar gesehen, hat gesehen, welche Probleme sie hat, also ihr Elend. Das heißt, Probleme, die Schwierigkeiten, die man hat. Und er hat ihr geholfen. Ja, Ismail bedeutet, der Gott erhört mein Elend. Ja. Und dann ist er zurückgegangen und hat tatsächlich das Kind da bekommen. Er war gehorsam, hat das getan, was der Engel des Herrn gesagt hat. Und weißt du, was das für uns bedeutet? Nee, was denn? Ach komm, habe ich doch gerade erklärt. Eigentlich musst du überlegen und genau darauf kommen. Ah ja, so muss das sein. So ist das. Lass mich mal überlegen. Und Gott sieht uns. Ja. Und Gott sieht unsere Probleme. Gott sieht unsere Probleme, richtig. Und Gott hilft uns, so wie er Hagar geholfen hat. Gott sieht unsere Probleme und hilft uns, so wie er auch der Hagar geholfen hat. Das ist ja toll. Sogar heute. Sogar heute? Ja, sogar heute. Viele, viele Jahre später. Das ist die Geschichte, die wir hier lesen. Im ersten Mosebuch von Hagar und von Abel und Sal. Die ist ja wirklich lange, lange her. Ganz lange her. Und damals hat Gott geholfen. Damals hat Gott gesehen. Und damals wusste Gott, wie es uns geht. Und genauso heute. Gott weiß, wie es uns geht. Gott sieht uns. Und Gott kennt alle unsere Probleme. Und das heißt, wir können Gott immer fragen, dass er uns hilft. Wir können Gott immer fragen, dass er uns hilft. Wir dürfen zu ihm beten und sagen, Herr Jesus, hilf mir bei der Mathearbeit oder hilf mir mit meinem Freund. Ich habe mich zerstritten und jetzt geht es uns nicht gut. Schenk, dass wir uns wieder versöhnen und dann wird Jesus uns helfen. Das ist voll super. Gott kann uns helfen, genauso wie er damals geholfen hat. Und in der nächsten Folge erzähle ich dann endlich, wie der Isaac geboren wurde. der Sohn, von dem Gott dem Abraham eigentlich versprochen hat. Die kommen jetzt hin jetzt? Nee, beim nächsten Mal. Ah, das ist doof. Ich will es jetzt wissen. Beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.